sehr schön wunderbar das habe ich schon bleib bei deinen freunden schön dass die net zeitlich dass die zeitlich und also nicht einfach nur eine befristete lebensdauer haben sondern dass die tatsächlich hier so lange kämpfen bis sie eben diese ok ich bleib bei meinen gorilla freunden die sind davon insta kill ok insta kill ist gut jeder treffer ein kill ok cool geld einsammeln jetzt läuft es ein bisschen besser haben wir noch insta kill ja es ist cool und gleich den nächsten hier auslassen das haben wir noch nicht 7000 kost wahrscheinlich habe ich schon da habe ich die aufgepasst sowas haben wir hier jetzt haben wir kein insta kill mehr ok dankeschön cool sehr schön wunderbar so habe ich das schon erhöht die gesundigkeit nochmals sehr schön ja solange die kollegen hier mitkämpfen ist es cool ich habe auf das falsche ziel gezielt wenn ich die nämlich mit unterstütze dann die habe ich noch nicht na doch habe ich schon rot hast du schon grün musst du noch nehmen maximale munition ja hoppala schauen wir mal so wie viel auf machen wir denn noch hier welche runde haben wir 14 wo sind die sind hier die ersten runden gehen dann noch die nächsten und dann dann meistens immer ein bisschen heftig sind die hände sind dahinter oja 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 ich habe immer angst dass hinter mir irgendjemand ist moni sehr schön wie viel ok was ist mit dem wo ist der gorilla hin wo bist du in kuri wo ist das schnell und gleich den nächsten rauslassen der hügel quillt mal ok 7000 da hat nicht mehr viel leben ah ja da ist er da ist er da ist bony sehr tapferer kämpfer muss man schon sagen muss man tatsächlich sagen viel leben hat er nicht mehr ok cool ach gott jetzt ist er gestorben schade jetzt hat sie mir da irgendwas weggenommen so jetzt müssen wir gucken hier sieht das leider immer nicht wann der nächste kollege hier einsatzbereit ist wow das möchte ich gerne haben ich weiß nicht wer das kann jetzt haben wir schon mal gewonnen die runde hier das ist so eine kleine herde von angreifern ok cool sehr schön sehr sehr schön ok das habe ich noch nicht doch ja so macht das natürlich spaß ne 31 wunderbar hier ich bin runde ein äh nicht runde level 31 vielleicht den nächsten rauslassen hier jawohl da könnte ich meine waffe auf leveln 10.000 10.000 habe ich sehr schön 40.000 hobby net da muss ich noch ein bisschen so lassen wir mal gucken hier wo sind denn meine apes jetzt sind sie alle weg oder was ok tatsächlich jetzt sind sie alle tot oder sie schwirren irgendwo ach da ist er ok wow ok diese bananenschalen die ich da immer wegschmeiß auf dem boden das sind sozusagen kleine fallen die dann schaden auslösen ah die runde können wir mal wirklich zum leveln verwenden das ist sehr sehr schön oh muni 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 scheiße hat mal einer genommen maximale muni sehr schön so sehr sehr schön können wir das nämlich mal wirklich zum leveln verwenden das ist auch mal gnädig erhalte 225 ok haben wir schon wo ist er denn hinterbob guri wo bist du guri da ist er vielleicht den nächsten rauslassen sehr schön der hat einen tollen skin hier mit seinem level 2 der wartet hier das wird schon schwerer das ist jetzt nur die runde 18 das ist noch nicht so schlimm aber das wird schon noch schlimmer später spätestens wenn der erste boss kommt spätestens wenn der erste boss kommt ich kann mal die zweite waffe ach ich hab bloß eine waffe kann ich die hier auch machen tatsächlich wow cool cool jetzt jetzt